Mein Name ist Waltraud Blankensteiner und ich habe die Kursleitung für den Grundlehrgang zum Dekorateur, zur Dekorateurin. Wir erlernen die Grundkenntnisse, die man braucht, um ein wirkungsvolles, verkaufsförderndes Schaufenster zu gestalten. Wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer, die auch aus Südtirol anreisen, Tirol sowieso, und im Sommerkurs, im Intensivkurs, haben wir sogar aus Wien Teilnehmer bei uns. Es gibt keine Altersgrenze für diesen Kurs. Man muss eine abgeschlossene Lehre haben und dann kann man eigentlich schon einsteigen. Wir haben tolle Kojen, wo jeder einzelne Kursteilnehmer, Kursteilnehmerin da drin arbeiten kann. Es gibt ein Fundus, wir haben Blickfänge, wir haben Materialien, mit denen Sie Kojen gestalten können. Ein Schwerpunkt besteht sicher einmal in der Farbgestaltung. Das ist ein ganz wichtiges Element. Farbe hat Signalwirkung, Farbe zieht Blicke an, also das ist sehr, sehr wichtig. Und dann geht es auch um die Raumaufteilung, die man in einem Schaufenster braucht, um Ware richtig zu positionieren. Da muss man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Ware, besser gesagt, wie wenig Ware, darf ich darstellen. Es gibt den Grundkurs, dann gibt es einen Aufbaukurs, wo man dann speziell ein bisschen Warenpräsentation trainieren kann, wenn man nicht sofort Gelegenheit hat, in der Wirtschaft zu arbeiten. Und dann gibt es noch Workshops zum Thema Eventdekoration, zum Thema Weihnachtspräsentation. Das ist ja ganz ein umfangreiches Thema. Also da gibt es dann noch Möglichkeiten, sich weiterzubilden.